Hallo, ich heiße Anne Bartmann und ich zeige euch heute, wie man selbst Kresse züchten kann. Kresse ist nämlich köstlich, finde ich, und gesund. Also, ihr braucht ein Päckchen Kressesamen. Das gibt es in jedem Supermarkt und das kostet nicht viel Geld. Ihr braucht Watte, entweder solche Wattepads oder lose Watte, etwas Wasser und einen Teller oder eine Untertasse. Zuerst legt ihr die Watte auf den Teller. Ich nehme gerne diese Wattepads, weil die lose Watte so fusselt und dann habe ich hinterher Wattefussel an meiner Kresse. Das mag ich nicht. Das sieht jetzt so aus. Jetzt mache ich die Watte etwas nass. Die Watte soll nass sein an allen Stellen, aber es soll keine Pfütze auf dem Teller geben. Jetzt streue ich die Kresse zusammen auf die Watte, nicht das ganze Päckchen, nur ein paar davon. So, das sieht jetzt so aus. Jetzt muss ich den Teller an einen hellen Platz stellen, zum Beispiel auf eine Fensterbank. Und dann brauche ich nur ein paar Tage Geduld und muss zweimal täglich die Watte wieder ein bisschen nass machen. Sie darf nicht austrocknen. Seit einem Tag steht der Teller jetzt auf meiner Fensterbank. Ich habe die Watte gestern Abend und heute Morgen wieder nass gemacht. Das mache ich auch jetzt. Ich gebe immer nur ein bisschen Wasser dazu. Es soll ja keine Pfütze auf dem Teller geben. Am dritten Tag sieht meine Kresse so aus. Sie fängt schon etwas an zu wachsen. So sieht sie am vierten Tag aus. Und am fünften Tag kann man sie schon fast ernten. Ich warte noch ein bisschen. Nach einer Woche ist meine Kresse richtig groß geworden. Jetzt kann ich sie endlich ernten. Dafür schneide ich die Kresse einfach mit einer Schere ab. Ich ernte immer nur so viel, wie ich gerade brauche und stelle den Rest wieder auf meine Fensterbank. Die abgeschnittene Kresse esse ich am liebsten auf einem Brot mit Butter. So, das schmeckt natürlich auch mit Margarine. Dann nehme ich meine abgeschnittene Kresse und streue sie einfach darüber. Ich nehme erstmal nur ein bisschen, denn Kresse kann manchmal ganz schön scharf sein. So, das war's. Guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Köstlich. Hmmm. Mmm. Vielen Dank.